Hier röse ich Spitz rein und steht das Auto früh gerade. Ganz klein nimmt man hier den Kerb natürlich mit. Ist ganz logisch. Jetzt kommt diese Kurve, etwas anbremsen. Diese Finierkurve einbremsen. Also die Spitz reinfahren. Lange die Kurve wieder blind einblicken. Wichtig auf der Kurve Schenzenko. Auf. 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 Fotoausgriffe. Nicht zu früh einlenken. Früh ans Gas geben. Das digitale belastet ist. Auf. 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 Auf.